servus amigos ich bin heute mit dem moritz verrenkung und dem tim dabei wie spring heute mal kein dirt springe und suchen uns mal hier in weißenbrunnen ein paar street spots und ich habe eine mission er hat eine mission hast du auch eine mission keine ahnung wieso ich suche in der mission also ich mache jetzt mal allein ich fahr hier über das ding drop dann darunter dann fahr ich darum machen den kicker vor springen über die genie dann fahr ich wieder zurück springen noch mal wie ich ihn macht da nun war nicht hoch und dann da über diesen kleinen abstand sendet also also der moritz steht gerade hinter der kamera und ich gebe jetzt meine kleine line machst du Was ist das? Und jetzt noch die Hip, komm. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr neu drauf seid. Sagt von ihm auch Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.